Skibo ist ein Escari-Service, der in mehreren Datenbanken und Katalogen sucht. Der OPAC der Hochschule gehört auch dazu. Den Escari-Service Skibo finden Sie auf der Startseite der THB im Schnellzugriff. Auf der Startseite Skibos können Sie dann ganz normal Ihren Suchbegriff in die Suchliste eingeben und dann danach suchen. Die Suchergebnisse werden als Liste angezeigt. Am linken Bildschirmrand sind einige Filtermöglichkeiten vorhanden, wie z.B. der Zeitstrahl, die Materialart oder die Sprache, die Sie individuell einstellen können, um Ihre Suche noch zu konkretisieren. Wenn Sie einsehen möchten, welche Filter Sie aktiviert haben, klicken Sie auf die aktuelle Suche. Dort können Sie die Filter auch wieder deaktivieren. Skibo bietet dazu noch die erweiterte Suche an. Hier gibt es die Möglichkeit, die bolischen Operatoren einfach anzuwenden und seinen Suchbegriff eine Kategorie zuzuordnen, wie z.B. Autor, Titel oder auch Schlagwort. Sie können unter Verknüpfter Volltext auch einstellen, dass Ihnen nur Ergebnisse mit einem Volltext angezeigt werden. Zudem können hier der Erscheinungszeitraum und die Sprache noch präziser eingestellt werden. Um zur Detailanzeige eines Ergebnisses zu gelangen, klicken Sie entweder direkt auf den Titel oder rechts auf das Dokumentensymbol. Sehen Sie Ihr Ergebnis nun im Detail, gibt es am rechten Bildschirmrand die Möglichkeit, den Titel extern zu speichern oder als Permalink zu exportieren. Auf der anderen Seite des Bildschirms befindet sich die Funktion des Fulltext-Finders. Über diese Funktion lassen sich die verknüpften Volltexte finden. Wenn ein Volltext gefunden wird, kann man diesen dann einfach anklicken und darauf zugreifen. Damit dies auch immer reibungslos funktioniert, ist es empfehlenswert, sich über das VPN mit dem Hochschulnetzwerk zu verbinden. Sie können Ihr Ergebnis auch aufs Libo speichern, indem Sie es wie dargestellt dem Ordner hinzufügen. Wenn Sie nun rechts auf das Symbol klicken, kommen Sie über die Ordneransicht zu Ihren vermerkten Titeln. Titel. Titel. Titel.